hallo youtube herzlich willkommen zu einer neuen folge mafia 3 herzlich willkommen ihr lieben euer transek begrüßt euch am mic frisch gebügelt und geputzt zu einer neuen folge mafia 3 of trend 17 tv schön dass ihr wieder eingeschaltet habt dass ihr dabei seid heute geht weiter ja wir müssen jetzt glaube ich jetzt zur haltestelle ja oder was auch immer wir hier jetzt sollen was bist du denn für ein kerl also gleich gibt es was auch die doch die nuss hier mein lieber hier muss warten aha nicht was von einem charlie finkt und alle anderen die leider gegen drücken an ihn ab charlie hilft nicht so weit wie möglich raus aus allem du wirst ihm druck machen müssen ich kenne ein paar von seinen jungs wenn du die zum reden bringst erfährst du wieder an ihn reinkommst soweit ich weiß interessiert sich charlie nur für die moneten er ist nicht so ein fanatiker wie die anderen dixi macht ihr arschlöcher wenn ich ihm also ein bisschen honig aus dem maul schmierer arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für du stehe wenn ich einen rand komme gut möglich dass ich was hab das mir dabei hilft komm ich zeig dir was die über so läuft über normales telefonnetz das sollte ein kinderspiel sein da ein abhörsystem zu installieren wenn du dieses kästchen an den öffentlichen telefon anbringst kann ich mir ein überblick verschaffen was für geschäfte in der gegen zu laufen hast du noch mehr oder nein dinger sind ja aller strengsten verboten aber wenn du mir ein paar aufzeigst kann ich dir die ganze stadt abhören ok scheiße verfluchte wenn diese arschgeigen unbedingt unter kommunisten schwein leben wollen warum ziehen sie dann nicht einfach aus moskau wenn du mehr so plakate siehst bring sie mir scheiß drauf nimm das nicht so ernst das sind totale wichser, verschissene verräter wir sehen uns wenn wir uns charlie schnippen das ist nicht zu öffnen so verwandt sie die first baptist geschäfte abhören ok um geschäfte zu verwandt sind bericht die verteiler kasten auf die immer in der stadt findest ok alles klar da wollen wir uns unser glück hier versuchen ja nochmal nochmal jawoll so möglichst nicht erwischen lassen erstmal schön verwandt sind den kram hier so geschäfte abhören und das schöne trophäe haben wir auch erhalten durch abhören erhältst du positionen der gegner auf der mini karte sonderziele und sammelobjekte wunderbar geschäfte abhören sobald ein stadtteil verwandt ist kannst du dort alle gegner in der informationsansicht sehen auch hinter ecken oder mauern aber das ist ja nicht schlecht um derzeit verwandte geschäfte zu sehen drücke die options taste um die karte zu öffnen und dann ja ok abhörgeräte in verteiler kasten einst wo brauchst du tl 49 sicherungen aha sammle solche sicherungen in new bordeaux ja alles klar charlis dealer befragen so mal eben gucken wo haben wir den kerl ziel ok dann machen wir uns mal die höhle hier so hier ist auch nicht so tolles wetter sehr ähnlich wie in deutschland zurzeit bei uns hier nur dass wir auch noch schnee und frost haben ich gehe da mal zwischendurch auf welcher seite sollen wir daran von der seite ok so die rest kam auch laufen wir sind ja schließlich sportlich so befragen na das zieht aber irgendwie noch stress aus was wollen sie denn machen die nigger wissen wer hier jetzt das sagen hat klar markado vermanden um in geschäfte bosse zu erhalten fahre wie ein verrückter um infos aus ihm rauszukitzeln isoliere einen vermanden von seiner crew oder jage ihn zu seinem auto und fahre wie ein verrückter ja oh gott ja ok vergiss es nicht in einer million jahre dient ein weißer maler esklar unter einem itag du kannst schon sehen du kannst es mit blöden holt die Leute er ist genau da drüben drüben an der kirche gibt es jede art von drogen wenn ihr sie zerstört verliert der bus eine ganze menge muss so aktivieren zum geschäft ab jetzt sag ich wo es lang geht so lieber so nicht hier jetzt übernehme ich das barrio ja ich brauche auf jeden fall eine andere höhle hier ist da irgendjemand das sind gebrauchte autos hier ist keiner nehmen wir die karre hier so schnell weg hier bis dahin bin ich schon weg bis ihr mich lokalisiert habt tschüssi kowski so dann sind wir auch schon gleich da das geht hier heute richtig schlag auf schlag oh ne den wagen will ich auch nicht behalten oh was ist hier denn los wow wie viele leute sind hier denn hier muss irgendwo die action sein machen wir lieber vorsichtig da wow wachposten Oh 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 Waffenschrank wie kann ich ein Ding jetzt fahren Kommen wir da irgendwie hinten rum Oh ja klasse geh mal rüber da Oh wow wow Das sieht nach viel Arbeit aus Da ist ein Schrank Der ist hier Oh in letzter Sekunde noch So okay Da ist noch einer da hinten So schauen wir uns mal eben schnell um Da ist einer Da ist einer Okay Sollte klappen Das sind zwei sogar da vorne Ich sehe da ob ich die hin und her pfeifen kann Einen davon Da regt sich etwas Böses Oh der andere soll weggucken Ich habe mich noch nicht gesehen Zum Glück Ich bin weggegangen Ich bin nach Haus gegangen Ja genau Oh heftig Oh das war knapp Da ist noch einer So Ei 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 Hier ist ordentlich was los Da sind auch noch welche Da ist noch einer Ne ich bin lieber meine Komm geh runter Geh runter Da ist er Okay Kann ich von hier Irgendwo da ran So komm her Der kommt jetzt Oh heftig Das coole Da kommt gleich jemand Oh ja Und der nächste Alle schön nacheinander Ja Wo ist die Ratte Ich gebe die Suche nicht auf Böschchen Böschchen Ich werde dir da was mit Böschchen Okay Ich weiß jetzt nicht wo es dahin geht Da ist keiner So Schauen wir mal Wo sind die Leutchen Hier Ah Ich glaube die andere Position ist besser Von hier aus Ist das besser So ist es Wo ist die Ratte Da oben Wie soll ich Wie soll ich den denn kriegen Da oben Da kommt nicht Sheet Das sind noch zwei Der geht jetzt gerade weg Oh ja Jetzt geht er gerade weg Dann kommen wir da schnell ran An die Kiste Kommen wir da nicht auch rein Irgendwann zeigst du dich Wow 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 Jetzt wird es Hagelig Da ist irgendwas Na wo ist der läuft da Oh oh das war knapp So komm her Zack Weggeflext So Nächster Irgendjemand weint da So Ich glaube wir gehen mal rein Ah Ich würde eigentlich lieber Mein Geld behalten Äh mein Geld Sag ich schon Mein Das noch mehr Kohle Oh wir haben richtig Kohle Hier Ja ich komm ja schon Und nun So Ab geht's Sonderziele Mitarbeiter Hat sich bis jetzt Information über Schwierigkeitsgrad Verzeihung Tut mir leid Hey Dumpfbacke Hallo schöne Frau So Wie viel sind hier sonst noch Wie geht's deiner Schabracke von Frau Oh Okay Ich mach das mal schön nach Plan hier Ich kreime den jetzt gleich Sonst ruft er gleich Verstärkung So Kann wir hier noch was mitnehmen Oh hier ist noch jede Menge Geld Und Waffen haben wir auch Sehr schön So Waffenschrank Erstmal schusslichere Weste Alles mitnehmen hier Alles her damit So Da haben wir auch noch Geld Oh Was haben wir hier schönes Ein Playboy Eine Playboy Seite Okay Gucken wir alles nochmal eben durch hier Aber ich glaube Eigentlich müssten wir das meiste jetzt haben So besonders gut bewacht war das hier ja nicht Ich würde sagen eher mittelmäßig Da ist noch ein Schrank Brauchen wir gar nicht Wir haben noch genug Okay Okay Laufen wir mal eben weg Na du Genau der trieb eine Waffe Ich glaube der Mann da hat eine Schusswaffe Ich glaube der wird immer zu kleden Hey Ja Was ist denn Ah Vorsicht Er ist der Waffe Nichts Oder einen kleinen Oh Gott Er hat er So hoffe ich dass wir gleich da sind Oh ist hier viel los Der Kerl hat eine Schusswaffe So So Immer wieder wegstecken Waffe wegstecken Genau Besser ist das So Bevor ich hier jetzt wieder langfristig ein Auto klau Kann man das kleine Stück hier auch eben laufen Wir sind ja nicht aus Zucker Was ist los hier Ich schieße mal erst und frag dann was los ist So Ich war für wegstecken Nein ich tu dir nix Alles gut Ach ich muss den Typen kriegen Nun lauf doch mal Lauf 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 So Hier müssen wir scheinbar rein So So Okay Oh die Folge ist hier schon wieder super lang heute Eieieiei Fragen Okay Du wirst mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen Der Boss hat vollstreicher die im Hollow agieren Äh Meine Crew meldet sich So ich muss sehen dass ich wegkomme Wir brauchen hier die Polizei Sofort Jo Oh nein Geh da rein da Geh rein da Geh rein da Oh schnell weg hier Oh wow 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 Und der mit so einer Dreckschleuder hier Oh wow wow Oh shit Oh wow 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 Das war ein ganzes Geld weg Ich muss sehen dass ich wegkomme da habe ich noch das lang langsamste auto gesucht hier die haben ja eine reichen geschossen jo 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 fahr weiter fahr weiter fahr weiter steig aus steig aus weg weg rennen weg rennen lauf 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 wo mein lieber schwan das war knapp jetzt müssen wir aufpassen so mein lieben aber an dieser stelle so spannend es auch ist machen wir einen cut und ich glaube ich komme hier gerade noch so raus aus der fahndungszone ja das kriegen wir noch hin in dieser folge wunderbar das war wirklich knapp wo erst mal wieder an land hier das war eine knappe kiste so mein lieben ich bedanke mich feucht fröhlich bei euch bis zum nächsten mal haut rein lieben dank fürs zuschauen und wenn euch das gefallen hat dann lasst doch ein däumchen da macht gut und schau